Gehe auf die Seite vom Bundesfinanzministerium, da gibt es nämlich einen Steuerrechner, also wenn du in der Suchmaschine deiner Wahl BMF Einkommensteuerrechner eingibst, wirst du den finden, dann tippe ich dort die Zahl ein von meinem voraussichtlichen Einkommen und ich bekomme direkt angezeigt, wie viel Einkommensteuer ich dieses Jahr zahlen werde.